Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal, MoneyMekka HD. Heute spielen wir, wie im Live-Video erwähnt, noch gleich. Alleine beim Solo, da habe ich beim letzten Mal einfach mal 4 Kills rausgenommen. Klar ist jetzt nicht die krasseste Leistung, aber... Komm, 4 Kills. 4 Kills. Also, wenn ich nicht gerne 4 Kills habe, also ich muss definitiv schon. Sturmbrot zusammen, wundervoll. Wetten, jetzt kommen schon die ersten Kinder. Wenn ich noch einmal gelangt bin, wundervoll, Leute. Weil ich will hierhin. Das ist Newby Shores. Weil da nicht einfach bis jetzt die größte Erfolg. Das ist auch schön weit weg. Ja, ich war nicht, weil ich aktiviere. Das ist mir ein bisschen gay, wie tief der eigentlich aktiviert wird, um weit weg zu fliegen. Ja, ich sag's ja, da unten kommt schon die... Boah, 1.80 Leute schon nur noch. So. Ich hoffe mal, mir ist keiner gefolgt. Sonst könnte das gleiche Probleme geben. Ach, die Pistel. Ich hab's Gefühl, bei mir leckten müssen. Ja, ich hab's noch ein bisschen. Ja, ich hab's noch ein bisschen. Hallo, ich hab's noch mal danke. Wie. Ach komm. Junge. Reisenschungel, ja, damit hab ich schon erst einmal ein Kill gemacht. Boah. Es leckt echt. Ach du Scheiße. Mach die Scheiße raus. Oh, jui, oi, das wird schwierig, wenn es leckt. Eigentlich denke ich, wir werden immer nur eine Runde spielen. Schön, Alter haut die Pampere raus. Ach nee, die Wälter, ja, wenn. Die Behälter, ja, wenn es im Winter nicht voll ist. Nimm ich gerne mit und nehm ich gerne mit nehm ich gerne mit wenn er will er soll lieber als gedacht was die Kiste da oder kann ich schalke mich auch schon zum laden ich schalke dafür Maschinenpistole, ja komm nimm zu mal weg also wenigstens eine weitere Waffe so und jetzt gehen wir auch schon weg wir müssen dann doch einen kleinen Weg laufen und Leute wie gesagt falls ihr euch mitbekommen habt durch das live video samstag 15 Uhr oder 16 Uhr live stream ich wechsle einfach Waffen und er braucht so lange dazu ich wechsle einfach Waffen und er braucht so lange dazu ich dachte ich habe jemanden gehört ich habe das gerade ich habe das gerade ich weiß nicht mehr aber ich habe das gerade ich weiß nicht mehr aber aber das geschieht nicht alles so schnell wie es geschehen sollte ach so scheiße habe ich das ja noch gar nicht eingestellt ups auf meinem account habe ich das nämlich wenn ich einmal l2 drücke dass es dann da auch bleibt dass das in diesem aim modus bleibt aber hier muss ich gedrückt halten ach scheiße oh das könnte nervig werden oh das könnte verdammt nervig werden fällt mir gerade so auf ich Junge wie rasieren die denn die Leute weg nur noch 39 Junge ich werde es auf jeden Fall innerhalb von zwei Minuten für sich da hinschaffen also wenn ich fliegende diesen besingen wir haben wir die 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 also schon klar einer sniper kann das verdammt werden wird ein ja schön weiter in die zone weiter 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 klar werden jetzt noch nicht so viel action aber das ist halt meine technik ich halte mich meistens mehr so aus den kämpfen raus kassier dafür lieber nur in ich habe jemand und ich bin jetzt mal mehr so in die mitte auf dem freien land zu stehen natürlich auch scheiße ist natürlich auch klar man bräuchert und so ein schub durch so ein haus oder so und ehrlich bevor ich da hinten hier schaublich lieber mein grab weil da möchte ich jetzt dann doch eigentlich eher weniger hin schiff die chef achte ach so ja warte 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 er geht vorbei und merkt halt einfach nicht da ist doch jemand kann doch nicht sein dass er keiner ist ganz ehrlich ich gehe jetzt hin aber ich denke dass da jemand ist also wirklich weil ich meine das ist eine stadt und das ist ein ballon der ist da drin gespawnt oder so der ist ja auch runtergekommen eine kleine schlotte also schrotflöte ausrüsten auch gott das wird nervig war hier echt noch niemand als ob ist halt so es ist halt niemand hier nein wieso granatenwerfer wieso nichts gar ich meine ich möchte darüber jetzt nicht beschweren aber ehrlich gesagt darüber beschwerke ich mich dann jetzt schon auch mann wieso muss ein granatenwerfer sein wieso hier irgendwie eine scar oder sowas bin ich hier echt alleine auf dieser welt ist es ist nein das risiko möchte ich jetzt da lag doch gerade eben was momo momentchen mal was wird hier gespielt ist da echt was lieben ist ja moin ok der ist zu weit weg welches spiel wird hier gespielt jetzt im moment bestimmt nicht fort leid e-mail das kommt mir gerade alles recht spanisch ich weiß die lila sollte waffen sollte ich eigentlich mitnehmen mache ich jetzt auch mal ganz ehrlich nicht hier war doch jemand weil ich möchte nicht das risiko eingehen dass Prozent ich irgendwie noch verlieren die ich brauche klar dass medizin weg geben aber ganz ehrlich das bräuchte viel mehr als irgendwie noch eine waffe weil mit dem hoffen die ich habe bin ich zufrieden ok ich hoffe du verstehst das da haben wir ja unseren ersten fall in dieser runde wieso ist die granate so scheiße geflogen egal ihr wisst ich bin ich so der pro der drinne ich hoffe trotzdem das video hat euch gefallen bis dann und ciao 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 Vielen Dank.